Das Mega Game Battlefield Bad Company 2 gezockt von MyPhoneReviewer Yo, das ist am iPhone oder iPod, wie ihr es wissen wollt, ist ja auch das gleiche, egal Wir zocken jetzt und fangen direkt mal an Ja, wir wählen mal das zweite Level, denn im ersten Level ist es schon ziemlich langweilig Weil es ist eigentlich eher ein Tutorial Ne, nehmen wir doch lieber das Level 3 Und wir starten auch schon mal Ich spiele das nicht regelmäßig am iPod, deshalb nehme ich hier mal leicht Ich zock es eher an der Playstation und an der Playstation ist es auch was ganz anderes Egal, dann wollen wir mal losballern in alle Richtungen Ja, diesen kleinen Pfandflaschen sammelnden Pennern werden wir es jetzt zeigen Jo, ähm, da ein kleines Video für alle, die lesen können Es gibt Untertitel So, ähm, hier drückt er uns ein bisschen Sprengstoff in die Hand, damit wir Silvester auch ordentlich feiern können Ja, ähm, ja, Peace Bruder Oh, diesmal eine andere Startwaffe So, ja, also die Grafik ist für den iPod eigentlich gar nicht so schlecht So, ähm, ich soll den Typen leise ausschalten, was verstehe ich da drunter? Äh, ich denke mal Granatwerfer So, und Feuer und voll im Arsch Ja, das war auch wirklich leise, aber nur weil ihr es seid So, oh, 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 wieso hab ich denn da rot? Ich hab doch gar nichts bestellt Ja, und ein Treffer und dafür kriegen wir einen Keks Oh, ein kleiner neue Waffel, ich glaub es ist eine UMP Na ja, wen interessiert, Hauptsache das Teil ballert und ballert So, sei vorsichtig da oben, okay Ja, ah, okay, hier sind wieder welche von diesen Gumbling Sandwich Essenden Keine Ahnung was Na ja, ähm, egal Weiter geht's Und schon wieder einer So, ich glaube das war's Oder, oh ne, da rückt schon dieser Verstärkungstyp, Mann Ja, eine Granate für euch da hinten Oh, das war irgendwie ein kleiner Fail Diesmal mehr werfen Und jetzt gleich macht's einen Buben Und sie sind immer noch nicht weg Dann kümmern wir uns eben mit der UMP darum So, checken wir mal ein bisschen die Umgebung Aha, fortgeschritten hier Strom für die Playsee Und ein Pennerlagerfeuer, wie es typisch ist für diese Typen Ja, ähm, soll ich zum Nooktuber werden? Nein, das werde ich nicht Das Niveau dieses Let's Play soll nicht schon beim ersten Mal auf Null sinken Ja, ähm, der Typ hockt da so hinterm Baum Ich weiß nicht, was da ist Ist da ein Bär, ist da eine Katze Oder ist es ein, oder fliegt da etwa ein toter Vogel Oh, es sind die Gegner Okay, äh, oh, das war eine Granate Und wir ziehen uns zurück und lassen ihn mal die Arbeit machen Ja, wir benutzen jetzt die Stromberg-Taktik Wir lassen einfach die anderen alles machen So, während der Typ da versucht mit irgendwelchen Typen zu kämpfen Versuchen wir mal den zu erwischen Ja, er kann sich zurück mal zeigen Zeig dich, zeig dich, zeig dich Und Fail Ja, dann nehme ich mal meinen Granatenwerfer Und ein kleines bisschen höher Und noch ein kleines bisschen höher Feuer Und ist er im Arsch? Nein Boom Und fertig Wir haben gerade mal vier Schüsse gebraucht Naja Das ist zwar nicht unbedingt rekordverdächtig Aber es reicht Es sollte gehen So, jetzt Mit unserem ultramodernen Visier Versuchen wir jetzt mal diesen Hippie Wegzukriegen Stirb, Hippie, stirb So Hier befinden wir uns in den ultra gepixelten Urwäldern von Battlefield Yarnia Oh, da sollten wir nicht reinfallen Deshalb gehen wir jetzt mal vorsichtig über den Stamm Was zeigt denn unser ultramodernes Navigationssystem? Okay, wir sollen nach oben gehen Ja Hier sehen wir wieder die wunderschönen Wasserfälle Und über dieses Wasser sind wir doch gerade jetzt rüber gegangen Naja Ist ja auch egal So, wo ist denn jetzt unser Kumpel abgeblieben? Ich bin langsam zu alt für diesen Mist Ich bin aber noch zu jung Aber das ist auch egal Ah, ich hab ihn gar nicht bemerkt Da in seiner kleinen Ecke So, nehmen wir uns noch mal ein bisschen schwereres Geschütz mit Um auch wirklich jeden und jedes Blatt zu kriegen So, wollen wir noch mal ein bisschen hinne machen Und weiter geht's So, dann gucken wir uns mal hier diese wunderschönen Steine an und diese wunderschön weite Welt Das erinnert kein bisschen an irgend so ein Minigame Aber was soll's So, da hinten sehen wir auch schon wieder welche So, dann wollen wir doch mal taktisch vorgehen So, Taktik verstehe ich Und drunter ballern Aufs alles So, zwei Stück haben wir direkt Und um sich rum Ballern gehört nun mal dazu Ja, ich weiß Die Erwachsenen werden jetzt wieder kritisieren Oh, du bist noch zu jung Oh, du wirst armer gelaufen Nein, ich habe nicht vor Armer gelaufen Denn ich weiß, dass meine Noten sowieso nicht besser davon werden Und wieso sollte ich's dann tun Das Leben ist so schön Ich kann auch so viele Spiele durchzocken Und ich kann auch BMX fahren Aber das interessiert jetzt nicht Wir wollen jetzt erstmal ballern, was das Zeug hält Aber natürlich nur im Spiel So, ist hier noch jemand, der sich mit mir anlegen will Anscheinend ja Und da ist er auch schon Und er ist schon wieder weg So, eine Filmsequenz Und da hat er unseren China-Böller all platziert Und das Gefecht geht weiter Ja, diese Waffe hatten wir schon einmal So, ähm Wollen wir doch mal gucken, was sie hier zu bieten haben Sehen Sie hier exotische Mülltonnen voller Öl Und angezündeten Pennerlager feuern So, sieht man hier noch In dem Haus einen Der Mann hat wirklich im Kindergarten nicht gelernt Sich zu verstecken Ist ja, oh oh Auch egal Ist ja auch egal Wir gehen erstmal ins Haus Und legen uns hin Schade Egal Egal, ich hab gedacht Das hier wär ein Fünf-Sterne-Hotel Doch das war irgendwie ein kleiner Irrtum So, wollen wir wieder nach draußen gehen Und uns mal umschauen Also wirklich Ähm Ein kleiner Cowboy So, den haben wir umgelegt So, ähm Ja, also Ihr müsst echt mal lernen Euch zu verstecken Oh, Granate Und weg hier Bloß schnell weg hier Ansonsten wäre das Let's Play schon vorüber Aber ich glaube Ich muss leider gleich das Spiel beenden Da es sonst keinen Spaß macht Wir machen dann mehrere Ja, Etappen Und dann werdet ihr sehen Wie es hier abgeht Von Spiel zu Spiel Ob Call of Duty Ob Battlefield Oder ob ein Minispiel Ich zeig euch Die geilsten Spiele In einem kleinen Oder auch größeren Let's Play So Dann wollen wir nochmal Den einen Cowboy ausschalten So Ähm Also ich finde Ich hätte schon eigentlich Mal einen Nobelpreis verdient Ich hab fast Frieden gestiftet Ist auch egal Ich wechsle jetzt lieber mal Zu meiner fetten Knarre Denn Darauf stehen die Mädels So Ja Ähm Ich darf natürlich mal wieder Die Arbeit machen Und Platziere Diesen China-Böller Oder C4 Oder wie man das nennt Einfach Gehe ein Stück zur Seite Und drücke Irgendwann mal den Zünder Oh 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 Hier ist ein fettes Geschütz gewesen Aber Ist ja auch egal Komm nur wieder hoch Ich mach dich kalt Und gewonnen Oh Ne Hier hab ich irgendwie Schaden bekommen Ah ja Wieder so ein Penner Der meint Der muss sich verstecken So Jetzt geh ich mal Was wollen die Typen von mir Alter Die gehen mir langsam echt auf die Nerven So Ich würde aber jetzt mal sagen Das Let's Play ist aus So Wenn ihr es gut fandet Und wollt Dass ich nochmal weiter Let's Playa Ähm Hallo Wollen die mich jetzt Komplett verarschen Ich treffe den Typen Noch die ganze Zeit So Jetzt stelle ich mich hin Mach mich groß Und Ein kleiner Trick Und Tot ist er So Aber da es in diesem Spiel ja nicht um Töten geht Sondern natürlich um taktisches Ballern Ja Oh Alter Ich glaube Daraus wird doch leider nicht Und wir machen einfach aus Sinnvoll Sinnlos So Noch den Cowboy Und Dann Spielen wir Auch Mal Ein anderes Game Ich hoffe Ihr seht euch auch noch Ein anderes Spiel an Ich platziere noch das C4 Bald kommen die nächsten Let's Plays Das ist jetzt erstmal das erste Und Ja Ich mache Stopp Und im nächsten Let's Play geht es dann weiter Viel Spaß Wünscht euch Euer Mike von Reviewer Abo dalassen Wenn es gefällt Daumen hoch Und ein Comment Wie es so war Oder welche Spiele ich mal Let's Playen soll Ja Ich sag da mal Tschüss Und hoffentlich sehen wir uns wieder Und Adios